Sind Sie bereit, Wachner? Ich weiß, was Sie sind. Ich weiß, was Sie sind. Um Start, um Start, um Start. Ich weiß es ja auch. HEROI! So sitzen wir seit in der Assi jetzt, gell? Ja, genau. Je weiter das er am Rand macht, wirst du... Die können ja auch noch in der Decke springen, quasi, beim... Dingsbums. Ah, die können ja eine Mini-Inplan hinbauen. Das ist ein Soundtest. Wir machen Dings. Drecklos. Ich krieg das. Ich hab aber keinen Namen. Ich hab auch keinen Namen. Hm. Kann ich schon in den Tag-Room ein, da unten, oder? Ja, kommst du schon mit in die... Ja, genau. In die Position, aber... Ah! Was sonst? Mein Tec... Bei mir ist, glaube ich, einer. In der Decke, glaube ich, ist keiner. He? Da geht wohl nur in der Decke. Nee? Achso, nee. Das ist die andere. Mit der Decke sehe ich nichts. Über mir ist der... Ah, von mir ist er. Aber... Ja. Sehen Sie? Leute, neben mir. Unter dir. Soll ich noch mal? Die haben alle gekauft, die haben eigentlich geschlagen. Vielleicht war er ja woanders. Ja. Schauen wir mal. Bei mir war aber auch einer. Das ist doch zu böse zu haben. Was? Der ist der Mini. Das war aber nicht meine. Nee, das ist meine. Na, stimmt. Hat der Mini ausgelöst? Warum hat er den nicht ausgelöst? Der ist da in den Langrennen. Wie hab ich gesagt. Da an der Couch-Stell ist auch da. Es gibt Mini an der Couch-Stell, siehst du nicht überhaupt nicht. Ja, aber ich meine, er hat seine Finger an der Ansicht auch nicht. Oh. Was? Ach, da ist er mir reingerannt. Der ist jetzt der Tech Room offen. Verdammt. Fähig, um zu einem Sicherheitssystem. Muss ja noch eine Mini platzieren, weil der ist eh nicht bei mir. Mein Name. Weißt schon. Der ist da im Tech Room. Hast du den Guter? Ja, klar. Der hat gehackt an sich. Oh, der ist nicht verlaut. Ah, ja. Tech Room. Ich bin im Tech Room. Ich hab ihn nicht am Radar. Wo ist die Mine? Bombe? Ja. Ich hab sie. Hast du doch? Ja. Ich hab ihn nicht am Radar. Ich hab ihn nicht am Radar. Ich hab ihn nicht am Radar. Okay, aufbeiß. Ich hab ihn nicht am Radar. Ja. Das ist nicht kühl, Chef. Die laufen mir immer in die selben Minen rein. Dann brauchst du ein Backpack, oder? Ja. Räuchte ich jetzt dann mal. Die laufen mir immer in die selben Minen rein. Was hast du denn? Ein Leutekart hab ich jetzt, sind die beide tot. Langsam jetzt. Ja, das war zum Beispiel der Störer. Muss man jetzt drücken? Muss man jetzt drücken? Ja, du kannst dich selbst aufladen. Ja, muss man drücken. Äh, du hast es da und jetzt drückt, ey. Wird nichts. Ist schon voll. Du hast dich aufgefüllt gehalten. Ist nicht. Ah, das war Minen. Geh' ich noch mal. Das passt. Ich hält mich aber bei mir ab und dann auch nicht. Dann gleich wieder drücken. Mhm. Also der mit Backpack muss gar nichts drücken, wenn man sich die Gegend hat. Ich leg jetzt dann nochmal eine hin. Wenn ich jetzt nochmal reinlegte, dann geh' ich rüber und gewinne... Nee, nicht. Buchfotzen. Ich glaub's nicht. Ja. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Nein, aber da war jetzt gar nichts. Nein. Ja, wir sind was weg. Oder du hast es zusammengeschossen oder irgendwer. Hast du eigentlich getötet? Ich hab keine getötet, ne? Aber da steht er. Da steht er. Ja. Der Schlauch hat nur um sich... Ah, der ist wie vor uns. Ja, der ist wahrscheinlich gespawnt. Klappst. Der war jetzt hier oben. Der ist auch um gespawnt. Dann kann man nochmal die Bietkämpfer. Oben die Bietkämpfer. Dann gehen wir nochmal die Bietkämpfer. Dann gehen wir nochmal Kämmer auf. Kämmer auf? Ach, Kämmer auf. M油 und Bietkämpfer. Ja, die Bietkämpfer. Das ist alles für Kate. Ach so, du bist glaube ich jetzt Kämmer da. Ja. Wo ist der? Bist du in der Gegend oder? Nee, ich bin nicht bei dir. Du bist eigentlich schon bei mir in der Gegend? Nee, gar nicht. Aber der ist ein Gegner, den ich da gesehen habe. Pack der Ring raus. Das ist auch. Das ist auch. Missionsziele gesperrt. Alarm wird gehackt. Du willst da hin? Oh, vielleicht nicht mal. So, komm auf. Für Sekunden. Geil, geil, geil. Pass nicht, geht all die gerade. Was hab ich denn da gemacht? Ja, Tektor und da liegt irgendwo eine Bombe. Nein. Scheiße. Ich erkenne den immer nicht. Ja, das ist einfach ein schwarter Boxen. Ja. Nicht wieder vergaßt oder was? Nee, nee, das ist durch Sichtbeeinrichtigung. Ja, aber dann geh ich wieder Gichttempel und du gehst wieder... ... die Pirates. Ach, krieg's. Sie kann nur... Ah, scheiße. Scheiße. Das passt an. Ich geh hier. Ich geh hier. Ja, okay. Du schaust, dass bei Pirates keiner vorbeikommt. Ja, warum rauchen sie alles? Wird gehackt, was werden da gehackt? Ah, scheiße. Das ist die Kicktempel. Jetzt sind sie da. Scheiße. Er geht über die Mitte. Das ist auch toll, oder? Wohl, du hättest mich gewentnten dürfen. So bist du eigentlich. Das würde ich ja nicht. Aber die haben's ja nicht gemacht. Ja, so. Der hat sich gescheitig angewandt. Okay, dann mach ich César und du machst. Dann nehmen wir deine Mini hier mit. Die bringen wir's nichts mehr. Da mit denen. Und soll ich da bleiben, oder? Ja. Da gibt's, glaube ich, keine einzige Mini mehr. Bei dir? Ich glaube, das ist noch eine. Da mit dem Zug kommt. Also, wenn er draufkommt, ist er nie. Das weiß nicht, sollte er. Warum das nicht? Ah, vielleicht ist er neben mir. So schön, dass du immer alle kriegst. Ich geh gleich mal nebenhin zu, dass sie reinrennt. Da ist noch einer. Bei dir? Ja. Mit den. Granaten eigentlich. Soll ich kommen? Kann ich Granaten, ja. Kannste. Der ist im Tech Room. Ja. Ich könnte jetzt... Ich geh ins Kenner da an und schau, ob ich ihn wie... Ah, war nicht, der steht vor mir. Da bin ich angehört. Dann schau, ob ich den von hinten hier weg. Ich hab ihn. Erzähl. Ich kann mal wieder rausgehen quasi. Ich kann mal wieder rausgehen quasi. Ich kann mal wieder rausgehen quasi. Das ist verrückt. Das ist die von hinten schießen. Ich muss mal wieder nachschauen, weil jetzt wenn er schnell hier rein... Ach. Ich will ja nicht einfach rein. Boah. Ach. War da nett. Da steht aber nicht da, ob ich ihn gebildet habe oder nicht. Ja, ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. So kommt es auch. Ist ja genau bei mir, oder? So, wie kommen wir? Hallo! Echt? Ja, ich habe mal die EMP-Sicht hier und dann habe ich euch auch super gesehen. Ja, du hast ja auch einen gebildet, oder? Ja, einen. Ich bin hier mit der Evelyn. Ich bin hier nicht ein Heimerdinger auch. Nein, das war nicht mit der Evelyn, weil du Heimerdinger verpasst, sondern es war immer mit dem Blitzcrank. Blitzcrank? Mit dem Blitzcrank. Und den würde ich machen. Der kostet aber halt sechs. Sechs? Wah! Ja, du weißt das ja. Du gibst ja öfter Zeug auch. Ja, du gibst irgendwas auch so los. Ja, ich darf mir jetzt die nächsten Heimerdinger wiederholen. Ich glaube, es braucht tausend. Ich kann zwar dann noch Deluxe kaufen und die andere, die Morgana, aber wenn, dann kann ich nur das eine verdient bleiben. Ja. Ne, die sind ja fast leicht. Na ja, ich finde die Morgana war schon besser. Also ich habe Deluxe nicht gespült, aber... Deluxe! Jetzt schlägt drauf. Heißer rein. Heißer rein. Ja, ne, passt auf jeden Fall.